BR 2018 Hi, Leute. Guckt mal, wo ich gerade hänge. Ich bin in den Bergen und hänge irgendwo unterhalb von einer Seilbahn. Ich stecke mitten in einer Rettungsaktion. Wenn eine Seilbahn mal ausfällt, kommt die Bergwacht und rettet die Leute, die oben drin sitzen. Das versuche ich auch. Ob's klappt, seht ihr in der Sendung. Heute geht's um Seilbahnen. Ich bin unterwegs, ich komm gleich. Super, ihr müsst aufs Klo. Ich beeil mich. Welches Seil war jetzt noch mal was? Oh Mann! Hohe Berge kenne ich mittlerweile schon ganz gut. Ich war Snowboard fahren, hab mich in eine Gletscherspalte abgeseilt und in der Höhe ein Iglu gebaut. Hi. Auf die Berge raufgekommen bin ich natürlich nicht zu Fuß, sondern meistens mit einer Seilbahn. Seilbahnen gibt's schon seit mehreren Tausend Jahren. Die ersten bauten die Menschen in Japan und China. An Seilen zogen sie so Waren oder sogar Personen über Schluchten und Flüsse. Und das tun sie auch heute noch. Solche Materialbahnen gibt's auch bei uns. Moderne Seilbahnen funktionieren mit einem starken Drahtseil und können viele hundert Menschen gleichzeitig auf einen Berg bringen. So wie an der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Ich check heute, welche Seilbahnarten es gibt und wie sie funktionieren. Auf der Alp-Spitzbahn erwartet mich ein Job in waghalsiger Höhe. Außerdem bin ich bei einer Rettungsübung der Bergwacht dabei. Habt ihr ja eben schon gesehen. Und ich finde raus, wie Ingenieure eine Seilbahn überhaupt bauen. Also, alle einsteigen. Hier kommt der Seilbahn-Check. Und jetzt die Checkerfragen. Checkerfragen bitte. Da kommen sie. Danke. Das check ich für euch. Seilbahnen gibt's meistens in den Bergen. Für Wanderer und Skifahrer, klar. Es gibt Sessellifte, Schlepplifte, Gondel und Standbahnen. Die Standseilbahn wird aufs Schienen den Berg raufgezogen und wieder runtergelassen. Bei der Pendelbahn pendeln zwei Kabinen zwischen Berg- und Talstation immer hin und her. Und bei der Umlaufbahn fahren viele Kabinen zwischen den beiden Stationen im Kreis. Wie eine Umlaufbahn genau funktioniert, guck ich mir im Allgäu an. Bei der Alpspitzbahn in Nesselwang. Hier bin ich auch mit Christian verabredet. Hier müsste jetzt irgendwo Christian sein. Christian? Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch oben. Vielleicht fahr ich einfach mal hoch und such ihn da. So hab ich mir den Seilbahn-Check auch vorgestellt. Erst mal Seilbahn fahren. Ein Drahtseil zieht meine Gondel über viele Stützen und Räder zum Gipfel. Toll, oder? Jetzt sind wir schon richtig über den Wolken. Christian? 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 Wo ist denn der? Oh, wow. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Schön. Aber ich glaub, Christian ist hier irgendwie nicht. Ich guck noch mal unten. Christian! Also wieder zurück. Über zehn Stützpfeiler, 300 Meter nach unten. Christian, Mensch, da bist du ja. Herzlich willkommen an der Alpspitzbahn. Danke schön. Schön, dass du da bist. Und, du fängst hier bei uns? Ja, sehr. Aber sag mal, wo warst du? Ich hab dich oben gesucht, unten gesucht. Ich war aufs Klo, du weißt, wie das morgens ist. Dann haben wir das ja auch geklärt. Sag mal, ich bin gerade schon mal hochgefahren und dann wieder runter. Erste Sache, die mir auffällt, die Seilbahnen, oder die Gondeln, werden ja in den Stationen langsamer. Ja, richtig, genau. Und dann hab ich mich gefragt, wie so eine Seilbahn überhaupt funktioniert. Ich zeig dir das einfach mal oben drauf. Mit dem Antrieb, da können wir das besser sehen. Richtig dahin? Ja, richtig dahin. Das klingt gut. Wollahin? Den Weg. Den Weg. Okay, komm, auf. Christian nimmt mich mit nach oben in die Antriebsstation. Da steht der Elektromotor, der die Seilbahn antreibt und die Gondeln bewegt. Okay, also wo kann ich jetzt sehen, wie die Seilbahn funktioniert? So, pass auf. Du siehst ja die große Scheibe hier. Die rote. Die rote, genau. Und da geht das Seil praktisch rum und das Gleiche haben wir natürlich auch an der Gegenstation, denn das Seil soll ja von oben wieder runterkommen. Nur hier wird es angetrieben. Das grüne Zugseil wird von einem Motor angetrieben und bewegt so die Seilbahn. Das gelbe Tragseil trägt die Kabinen vom Berg ins Tal und wieder zurück. Beide Seile laufen zwischen den Stationen die ganze Zeit im Kreis. Was ist, wenn jetzt fünf Elefanten einsteigen und auf den Berg hoch wollen? Die wiegen ja viel mehr, als wenn fünf Tobis einsteigen. Richtig. Und dann würde ja das Seil total durchhängen. Genau. Das erkennt die Anlage, weil das Seil muss immer die gleiche Spannung haben. Und dafür sorgt praktisch hier das Teil, was wir vor uns sehen. Es wird praktisch mechanisch immer nach hinten gezogen. Die Anlage erkennt, hey, mein Gummiband wird jetzt ein bisschen schlaff. Ihr müsst nachziehen und dann macht ihr das vollautomatisch. Mit den Elefanten an Bord würde das Seil durchhängen und die Kabine im Wind baumeln. Das bemerkt aber die Maschine und zieht das Seil mit einem Gewicht in der Talstation wieder straff. Okay, kapiert. Aber wie werden die Gondeln in den Stationen abgebremst, damit Wanderer und Skifahrer gemütlich ein- und aussteigen können? Das Ganze funktioniert ja so. Wir haben ja da das Seil, wie es reinkommt. Und jedes Fahrzeug hängt ja mit einer Klemme am Seil dran. Und die hält so fest dazu, dass das nicht verrutscht. Ich habe dir da mal ein Beispiel mitgebracht. Kennen wir alle von zu Hause. Wäscheklemme. Gib mir mal deinen Finger. Also das ist das Seil. Das ist jetzt dein Seil. Und hier ist jetzt das Fahrzeug und das ist meine Klemme. Die Kabinen hängen mit einer Klemme am Tragseil fest. Wenn sie in die Station fahren, hakt die Klammer aus und die Kabinen werden von Gummireifen abgebremst und langsam weiterbefördert. So kann jeder aus- und einsteigen. Guckt mal, hier seht ihr, wie die Klammer aushakt und das Seil verlässt. Da. Die Kabine hängt jetzt nicht mehr am Seil, sondern fährt auf diesem Rad hier durch die Station. Angetrieben durch ganz viele Gummireifen. Cool, ne? Am Ende der Station drehen sich die Reifen dann immer schneller. Die Klemme hängt sich wieder ein und die Gondel hängt wieder am Tragseil. Ein Tragseil bringt die Kabinen vom Tal auf den Berg und wieder zurück. In der Station sind die Kabinen dann abgekoppelt. Gecheckt. Seilbahnen, so wie wir sie heute kennen, gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Damals wollten immer mehr Menschen in die Berge, zum Wandern zum Beispiel oder zum Skifahren. Und so hat man auf der ganzen Welt angefangen, in Bergregionen solche Seilbahnen zu bauen. Die älteste, noch funktionierende Seilbahn der Erde fährt im Süden von Deutschland, in Bad Reichenhall. Die fährt da seit über 90 Jahren jeden Tag den Berg rauf und wieder runter. Mittlerweile gibt es natürlich viel modernere Seilbahnen. Und ich finde ja die hier besonders cool. Ne Cabrio-Seilbahn. Witzig, oder? Diese Doppeldecker-Seilbahn aus der Schweiz hat innen drin ne Wendeltreppe und darüber kommt man aufs Dach raus und hat dann ne super Aussicht und Fahrtwind in den Haaren. Seilbahnen gibt es aber nicht nur in Bergregionen. In vielen Städten zählen die mittlerweile zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben Bussen und U-Bahnen zum Beispiel kann man dann auch einfach über die Stadt schweben. Eine der ersten dieser Stadtseilbahnen gab es in Südamerika, in Kolumbien. Da war auf den Straßen einfach kein Platz mehr für neue Schienen. Und die Ingenieure haben sich gedacht, bauen wir doch einfach so eine Art Tram in den Himmel. Und in Deutschland gibt es auch immer öfter Pläne für diese Stadtseilbahnen. Und das ist super, weil erstens gibt es weniger Staus und Verkehrsunfälle auf den Straßen. Die Dinger sind total leise und sie stoßen keine schädlichen Abgase aus, wie zum Beispiel Autos das machen. Ist doch super, oder? So, sitzen alle bequem? Sehr gut, dann geht's hier los, die große Fahrt. Türen schließen, Achtung bitte. Und viel Spaß auf dem Berg oben. Tschüss. Und für euch jetzt noch die Mitmachfrage. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Von Christian habe ich mich schon verabschiedet. Von der Alpspitzbahn aber noch nicht. Christians Kollegen überprüfen nämlich heute die Seile, Rollen und Kabinen, damit alles richtig funktioniert. Das hier ist Lukas. Er ist der Betriebsleiter der Seilbahn. Hi, bist du Lukas? Ja, Servus. Grüß dich. Ich habe gehört, du machst so Wartungsarbeiten. Ich könnte dir helfen. Super, dann habe ich schon ein Zeug für dich hier. Ah. Kannst du dich gleich mal reinschwingen. So ein Sicherungsgurt? Genau. So, oder? Jawohl, so sind wir schon gar nicht verkehrt. Und jetzt? Jetzt klebst du mir hier vorne noch zu. Den Bauchgurt. Dann noch die Beinschlaufen. Dann kannst du schon gar nicht mehr abhauen. Alles klar. Und dann sitze ich quasi in diesem Gurt drin. Und egal, wenn ich falle, dann bin ich gesichert. Genau. Wir sind hier gesichert und hier gesichert. Perfekt. Hier kann nichts passieren. Fehlt nur noch der Helm. Und dann geht's hoch auf die Stützen. 15 Meter in die Höhe. So, da sind wir. Da sind wir. Also herrliche Aussicht hier oben. Und jetzt sicher auch das erste Mal, wie massiv dieses Seil ist. Was machen wir jetzt hier, Lukas? Wir heben jetzt das Seil ab. Also Seil einfach so anheben, oder was? Du kannst dich gerne mal probieren. So, gesichert bin ich. Einmal ziehen, ne? Ja. Okay, nochmal. Zähl mal bis drei. Drei, zwei, eins. Huuuah! Also Tobi, ich kann dich beruhigen. Da täten wir 100 Tobis brauchen. Ist so, oder? Ja. Da brauchen wir vier, fünf Tonnen Abhebekraft. Echt? Ja. Also man könnte sagen, das ist so viel wie ein Elefant, der da draufsteht. Genau. Aber wie kriegst du das weg von den Rollen dann? Wir haben jetzt einen hydraulischen Zylinder. mit einem Seilschuh dran. Aha. Der hebt uns das ganze Seil jetzt dann hydraulisch ab. Okay. Also es ist quasi, ja, ist eine Vorrichtung, die das schafft, das wegzuheben. Genau. Und hoch. Jetzt fährt, siehst du schon, dass es schon langsam hoch geht? Ja, stimmt. Ah, krass. Ja, es hebt sich da. Also wir schauen jetzt hier einmal den Gummi an, ob der schon arg eingelaufen ist. Ja. Aber der ist jetzt noch okay. Und dann drehen wir die Rolle. Ob die sich auch flüssig und gut dreht, ne? Ob wir da Geräusche aus dem Lager hören. Ah, dann leise sein. Nichts zu hören. Also alles in Ordnung. Bei jeder Kontrolle fetten Lukas und seine Kollegen auch die beweglichen Teile ein. Wo haben wir denn das Fett? Valentin, wir brauchen das Fett. Jawohl. Was ist das denn für ein Gerät? Das ist eine Fettpresse. Eine Fettpresse. Ich werde dir das gleich erklären. Ja, das ist klar. Eww, das Fett ist blau. Guck mal. Das Fett sorgt dafür, dass alle Teile schön beweglich bleiben. Und alle zwei Jahre wird das Seil sogar mit Röntgenstrahlen nach Schäden durchleuchtet. Yeah! Gefettet. Was für eine Arbeit. All die Stützen muss Lukas noch überprüfen. Aber wie oft müsst ihr denn hier hochkommen und sowas wirklich machen? Wir machen das eigentlich zweimal im Jahr. Einmal vor dem Winterbetrieb und einmal vor dem Sommerbetrieb. Okay, aber wirklich jede einzelne Rolle, jede einzelne Pfahl, es wird alles kontrolliert und geguckt. Weil wenn wir eine während dem Betrieb verlieren, eine Rolle, dass die stehen bleibt durch den Lagerschaden, da schauen wir lieber jede durch, bevor wir da wegen so einer Lappalie stehen. Verstehe. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Los geht's. Aber erst mal die zweite Checkerfrage. Bis so eine neue Seilbahn fertiggestellt ist, vergehen teilweise mehrere Jahre. Zuerst gibt es eine Planungsphase. Ingenieurleute vermessen ganz genau das Gebiet und überlegen sich, wie sie beim Bau möglichst wenig in die Natur eingreifen. Denn beim Bau von so einer neuen Seilbahn müssen teilweise richtig viele Bäume oder sogar ganze Felsen dran glauben. Ja, und das ist schlecht für die Umwelt. Generell gilt deswegen, lieber alte, schon vorhandene Seilbahnen erneuern und eben keine ganzen großen neuen Schneisen schlagen. Tja, und wenn dann die Planung abgeschlossen ist, dann kommt, klar, der Bau. Und der ist teilweise richtig spektakulär. Guckt mal. Sechs Jahre Planung und Bauarbeiten waren nötig, bis die neue Zugspitzbahn auf den knapp 3000 Meter hohen Gipfel fahren konnte. Die Stahlbaustütze ist 127 Meter hoch. Das ist Weltrekord für eine Pendelbahn. Die Tragseile sind etwa 7 Zentimeter dick und wiegen jeweils um die 150 Tonnen. So ein tonnenschweres Drahtseil besteht übrigens aus ganz vielen einzelnen Drähten. Die werden verzwirbelt und in mehreren Lagen übereinandergelegt, bis sie stark genug sind. Cool, was? Für die neue Zugspitzbahn mussten übrigens keine Bäume gefällt werden. Sie wurde genau dahin gebaut, wo die alte stand. Bis eine Seilbahn gebaut ist, dauert es mehrere Jahre. Ganz wichtig, auf die Umwelt achten. Check. Genug mit Schnee und Eis. Jetzt mal ab in die Sonne. In Lenkries darf ich bei einer Seilbahnrettung mitmachen. Und zwar bei Willi und seinen Kollegen von der Bergwacht. Und das ist auch meine dritte Checker-Frage. Wie läuft eine Seilbahnrettung ab? Hallo Willi. Grüß dich, Tobi. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Hallo alle. Servus. Ihr bereitet euch gerade vor für den Übungseinsatz. Genau, wir üben heute eine Seilbahn-Evakuierung. Das heißt, ein normaler Ablauf wäre, ich will eigentlich den Berg hoch, ich setze mich da rein. Dann gibt es ein technisches Problem. Das komplette Gerät, also alle Seilzüge, alles bleibt stehen. Und ich hänge irgendwo auf dem Weg nach oben auf dem Berg im Berg. Und dann kommt ihr. Dann kommen wir, ich bin sehr gut alarmiert. Dann fahren wir raus, mehrere Leute und dann reiten wir die Leute aus dem Sessel. Ich will heute auch helfen. Was ist denn mein Job? Dein Job wäre, du setzt dich in den Sessellift, wir fahren dich rauf, bis zu einer bestimmten Position, wo wir heute üben wollen. Und dann spielst du den zu rettenden Patienten. Ich bin der Patient. Ja. Na dann, ab in den Sessellift. So, Leute, guckt mal, das ist Lina. Hallo. Ich muss nämlich nicht alleine hochfahren, sondern du machst das mit mir quasi. Ja, genau. Du bist ja auch bei der Bergwacht, ne? Ich bin noch Anwärterin, das heißt, ich bin noch in der Ausbildung. Mhm. Ich darf schon ein bisschen mitmachen beim Retten, aber jetzt noch nichts alleine machen. Okay. Ja, dann kann es losgehen, bitte. Tschüss. Funktioniert doch alles super und perfekter Ausblick inklusive. Also keine Ahnung, was hier schief gehen soll. Oh, oh, jetzt hat es angehalten. Oh. Jetzt hat es angehalten, ne? Stimmt. Ah, krass. Das heißt, so wäre das jetzt auch in Wirklichkeit. Irgendwas geht kaputt und dann steht man. Man steht einfach so und weiß nicht, warum. Man sollte auf jeden Fall Ruhe bewahren. Man sollte zum Beispiel auch nichts runterwerfen oder nicht versuchen, selber runterzuklettern. Also das ist schon mal die wichtigste Regel wahrscheinlich, ne? Genau. Nicht versuchen, sich selbst zu befreien. Du, mir fällt noch eine andere Frage ein. Ja. Was ist denn, wenn man wirklich dringend aufs Klo muss? Tja, das ist dann wohl ein Problem. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dann sind die Hosepinkeln besser, als hier rumklettern und versuchen, woanders was loszuwerden. Na gut. Zum Glück muss ich gerade nicht aufs Klo. Du? Nein, ich muss nicht aufs Klo. Die Helfer sind schon da und bereiten ihr Kletterzeug vor. Muss ich mich bemerkbar machen? Nein, du musst dich nicht bemerkbar machen. Es ist ja alles abgezählt, alles ist vorbereitet. Alle Retter sind aufgeteilt. Ich mach mich trotzdem bemerkbar. Hallo, wir sind Jungen. Rettet uns. Ich hab mich bemerkbar gemacht. Sehr gut, war hilfreich. Ein Helfer klettert an dem Stützpfeiler hoch, der uns am nächsten ist. Dann hängt er eine Rolle ein, an der ein Seil befestigt ist. Sein Kollege am Boden zieht das Seil bis zu Lina und mir. Willi kontrolliert noch mal sein Gurtzeug, dann ist alles bereit. Sag mal, wie oft passiert so was in Wirklichkeit, dass wirklich eine Seilbahn so technisch kaputt geht, dass ihr retten müsst? Ich glaube, ich hab's einmal miterlebt. Da war ich aber noch nicht bei der Bergwacht, als die Gondel stehen geblieben ist. Und die dann unten mit der Feuerwehr, in der Mitte im unwegsamen Gelände durch die Bergwacht und oben durch Hubschrauber, weil dann hat man, glaube ich, 70 Meter bis zum Boden. Boah. Und da kommt irgendwie auch keiner mehr hoch oder runter. Um uns zu retten, brauchen die Leute von der Bergwacht keinen Hubschrauber. Willi ist vorbereitet. Seine vier Kollegen ziehen ihn über die eingehängte Seilrolle zu uns nach oben. Ah, ich glaube, es geht los, oder? Ja, sieht so aus. Willi! Ja, ich komme. Super. Sobald Willi oben angekommen ist, sichert er erst mal sich selbst. Lina und ich bekommen diesen roten Plastiksack um den Po und jede Menge Gurte. So, ich habe jetzt hier dieses Ding anbekommen. Lina auch. Das ist eine sogenannte Windel. Und da hänge ich jetzt drin. Und damit bin ich gesichert, richtig? Genau. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und warum nennt man das Windel, bitte? Es sieht aus wie eine Windel. Es sieht aus wie eine Windel. Na gut, okay. Also, Lina, auf geht's. Nochmal. Also, du hast dich so hochgestützt, ja? Genau. Und jetzt hängt... Ja, das hänge ich. Gut, Lina. Ja. Fest in der roten Rettungswindel verschnürt, wird Lina am Seil runtergelassen und unten von den anderen Rettern in Empfang genommen. Dieses orangene Seil wird mich jetzt im besten Fall zwölf Meter nach unten sichern. Genau so. Abdrücken kurz. Was ist hiermit? Das hänge ich dann aus. Hau. Eins, zwei. Okay, eins, zwei, drei. Gut, bist du soweit? Ich glaube, ich bin soweit. Dann fahren wir. Okay, ich fass nichts an, oder? Gar nichts an. Nichts machen? Okay. Hallo. Servus. Gerettet. Vielen, vielen Dank euch. Das war jetzt meine Rettungswindel, die wir jetzt ausziehen. Ja, ich hoffe, sie ist nicht voll. Nein, danke. Lina, du bist ja auch schon wieder da. Na klar. Vielen Dank, das war super aufregend und toll mit euch. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gesehen, wie es funktioniert. Wie wäre es, wenn du jetzt mal jemanden rettest? Meinst du, ich kann das? Bestimmt. Also, das sah schon sehr kompliziert aus, was der Willi da alles gemacht hat. 15 Seile, drei so Züge, irgendwie. Ich würde vollkommen durcheinander kommen, glaube ich. Das kann gefährlich sein. Das kriegst du hin, bin ich mir ganz sicher. Okay. Damit es nicht ganz so schwierig für mich wird, darf ich Willis Sohn Max retten. Der ist erst sechs Jahre alt und wiegt noch nicht so viel wie sein Papa. Ich komme euch retten! Diesmal zieht die Bergwacht mich zwölf Meter hoch in die Luft. Ob das gut geht? Okay. Hallöchen, Freunde. Hallo. Wie geht's euch? Wie ich befürchtet habe. Jede Menge Seile und so richtig wohl fühle ich mich hier oben auch nicht. Besser ist, Willi hilft mir, dann passiert nichts. Jetzt ziehen wir ihn quasi ein bisschen straffer, dass er schon schwebt. Oh, wow. Die haben wir. Gut. In die Richtung. Genau. Was ist los, Maxi? Maxi, geht's dir gut? Ja. Ja. Super. Maxi ist gesichert. Gerettet. Ein Retter wird nach oben gezogen und seilt die sogenannten Patienten nacheinander langsam mit einem Seil ab. Gecheckt. Da seid ihr ja schon wieder. War gut oben auf dem Berg. Sag mal, da liegt schon Schnee, oder? Super. Und für euch jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Was habt ihr denn da oben erlebt? Ich wollte von euch wissen, was ist eine Rettungswindel? A. Eine Windel für Menschen mit Höhenangst. B. Eine Fahne für Hilferufe. Oder C. Ein Rettungsgerät zum Abseilen. Na, habt ihr die Antwort eben entdeckt? Guckt mal. Das war jetzt meine Rettungswindel, die wir jetzt ausziehen. Ich hoffe, sie ist nicht voll. Nein, danke. Richtig ist also Antwort C. Zum Abschluss möchte ich noch mal so richtig entspannt auf den Berg fahren und den Ausblick genießen. Herrlich. Prost. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Durst hatte. Oh nein, ich muss voll dringend aufs Klo. Oh nein. Und die Bergstation ist noch richtig weit weg. Oh Gott. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Drückt mir die Daumen. Oh Gott. Ich muss Pipi! Oh Gott. Und das ist Tobi-Checkert Tobi. Der ist cool, hey. Ziemlich groovy. Der, der immer fragt. Der die Action mag. Der, der alles wagt. Und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy, der, der ständig rennt, der, der niemals pennt, der auch manchmal flinnt und der tausend Leute kennt, das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!